Hallo Bayern! Wart ihr schon mal in einem Nationalpark? Entweder bei uns in Bayern oder vielleicht sogar in einem der weltberühmten Nationalparks an der Westküste der USA. Wir Grüne wollen unsere Natur schützen und fordern einen dritten Nationalpark in Bayern. Egal wo, Nationalparks sind Naturschutzräume. Seltene Pflanzen und Tierarten haben hier ihren Lebensraum. Der Mensch kann nur begrenzt schauen und staunen. Eine gute Sache. Leider hat Bayern nur zwei Nationalparks. Vergangene Sommer hat Ministerpräsident Seehofer den dritten Nationalpark versprochen. Aber leider hat er die Rechnung ohne die eigene CSU-Fraktion gemacht. Spessart, Ammergebirge oder die uralten Buchenbestände im Steigerwald. Örtliche CSU-Abgeordnete stemmen sich gegen jeglichen Umweltschutz und haben sogar den Rückhalt ihrer umweltfeindlichen CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. In Wissenschaft und Fachöffentlichkeit hingegen ist die Zustimmung riesengroß. Von mir aus kann es nach dem dritten gleich den vierten Nationalpark geben. Und der Steigerwald, den Seehofer als Art Liebesdienst für seinen regionalen Abgeordneteck vom Verfahren ausgeschlossen hat, gehört mit in die Auswahl. Auch wenn es vor Ort unterschiedliche Meinungen gibt. Ein Nationalpark schützt Tier- und Pflanzenarten, gleichzeitig stärkt der regionale Tourismuskonzepte und schafft sichere Arbeitsplätze. Bayerns Naturschönheiten haben wirklich einen dritten, ja sogar einen vierten Nationalpark verdient. Findet ihr nicht auch, dass wir unsere bayerische Natur besser schützen müssen? Was ist eure Meinung zu einem Nationalpark Steigerwald? Schreibt mir einen Kommentar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.